die runde recht scheiße man geht es wieder los die stehen wenn sie ohne windschatten von also ich habe auch noch ganz kleinen fehler geworden ich habe fast in die wand aber 100 prozent risiko ich habe es gesagt so start ich meine aufnahme meine aufnahme ist auch gestartet inter bedingungen alter ich mache schon noch von flügel und wechsel ich später jetzt habe ich die ps dass er gedrückt 13 runden soll vielleicht 46 46 mal ich alles ja wo schadest du dann 18 punkte gehen immer noch mal 13 weil das vater bei den bedingungen ja du hast nichts zu verlieren hier ganz von hinten aber mit so einer scheiß zeit die paul hat so ich habe ich mal gestartet dann war viel spaß leute beim ersten rennen viel erfolg parko start weg drücken was ist die beste temperatur hier bei nasser strecke als bei mit in der stecken 68 69 ich glaube 72 geht auch noch darüber bin ich gekommen mit der temperatur ich denke mal chris wird nicht reinstechen am anfang also so pass auf spät also dass du bei denen nicht die lampen ausgehen viel erfolg auf geht's alle bei mir war die lampen gestartet kollision bei mir war die lampen früher ausgedreht ja oder was ist da hinten los ja ich wurde gedreht ich glaube es war rampage haben sich ein paar gedreht irgendein schlag von hinten bekommen ja auch die hand ist bei dir war meine schuld ich bin ja drauf wo bist du schon im mittelfeld oder bist du Nein, Renault. Magst ich vor innen? Oh, Frontflügel bei Wambach, glaub ich. Bei Hoom auch. ich bekomme safe die strafe nachher hat es ja nur echt einsatz ja guck mal da geht ja gar nichts was im flug ist auch leicht angeknackst pico die ist in bambach eingefahren ich muss die regen rein also ich muss sollte man jetzt einen kaputten flügel in die box fahren ich war jetzt in die box soll mein flügel ist angeknackst die linie weiß ich nicht was wechselt wir dann sowieso oft medium los kevin überholen endlich was ist hier los noch kein schalte gegen direkt hinter dir einfach das rennen zu ende fahren die punkte brauchen wir ok gott mein teammate alter der kevin sei aber stade da konnte nichts machen wenn er da rein sticht ja auch viel zu schnell man hoch als wär es warum verteidigt er denn so hart ich glaube genau das kaputt so langsam wieder unterwegs ist Das hat doch nichts gebracht, jetzt echt. Bisschen seltsam doch zu verteidigen. Du wechselst aufs Medium, ja? Weiß ich nicht, ja. Boah, mein Flügel ist wieder... Mann, immer die Kurve da, Mann! Ich glaube, ich geh auf Soft. Fickte Schein, noch mal. Nein, oder? Wow. Schau rein, schau rein, ja. Okay. Okay. Ich muss jetzt auch reinfahren, muss jetzt riskieren. Oh no. Oh, das ist auch ein bisschen flugging, gerade. Da war der Renault, der gerade draußen war. Ich. Oh. Aber ist doch alles so. Oh, mein Gott. Schade, Mann. Das ist jetzt mein zweiter Flügel hier. Ich hoffe, es ist auch der letzte jetzt. Du musst jetzt nur noch einmal ziehen, doch ein Boxen stopp. Ich meine auch. Das ist kurz, Mann. Kein Grip aus der Box. Ach komm. Vergleiche, ne? Oh mein Gott. Timo, wie ist es gefahren? Es führt zu schnelles Fahren in der Boxengasse, hat die Reinleitung, die eine Durchfahrtsstrafe verpasst. Also, das sieht nicht langsam aus, ne? Bei dem Status. Also, fährt er schneller, oder nicht? Bei dem Status. Ja, das sieht nicht langsam aus, ich hab noch 5 Zeiten. Ja, du kannst doch bei den Sektor Zeiten wissen. Schau mal seinen Mittelsektor an. Ja. Der ist ja noch nicht. Der ist ja gerade mal Kassel-Sektor da rein. Sektor 1 zu 1 Minute 16. Ideallinie, Lord of Games. Was soll denn das für ein Scheiß, Mann? Mitten hier auf Richtung Startziel bei dieser S ist da schleicht er auf der Ideallinie. Alter, beinahe hier mein Auto zerscheppert in. Rambach. Oh, jetzt sagt er mir weiter, dass wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass er sich verschlimmert. Ja, mein Auto, ne? Ist es denn so instabile? Ich kotzklei. Boxenstopp. Reibenplatz. Wie viel Platz ich hier verloren habe durch die anderen alle, wo die hier sind. Ich bin davon. Ich bin viermal. Komm her auf. Ey, ich kann... Ey, kein... Oh, was ein Scheiß, Mann. Wieder da angeschlagen, links an der Wand. Und... Ach, fuck. Ach, fuck. Scheiß, Strecke, Mann. Hm. Vierter Boxenstopp, Mann. Oder fünfter, vierter. Ja, komm. Stimmt. Ja, fuck. So eine Dreckstrecke. Was ja letztes Jahr für ein Arsch. Kann ich nochmal anfangen hier aufzunehmen? Ist da drin? Boah, das Boxenschild war weg. Alter, fuck. Boah, das Boxenschild war weg. Alter, fuck. Ich gehe gleich auf. Ja, wenn es sich bringt, dann... Das ist jetzt mal ein zweiter Reifenplatz, wo ich an der selben Stelle einschlage. Ich war ganz normal durch. Ich rutsche da einfach wie... Ich kann nichts machen. Ich rutsche einfach nur weg. Ah. Okay, alles gut. Max, wie weit ist ein Jeff hinter dir? 1,5 glaube ich. Toll, jetzt darf ich mit dem mal eine Durchfahrtsstrafe machen. Weil ich so schnell in der Box falle. Das ist doch alles zum Kotzen. Das ist doch... Komm, gib auf, ey. Also den Safety Caryser werde ich auch nochmal ansprechen, ne? Warum? Wie Native tous auch gefen. Hast du sohn. Kannst du sohn?